Von Donkey Kong 64. Ja, am Sonntag. Letzte Woche ist die Folge ausgefallen, weil es super schönes Wetter war. Und ich jetzt wieder Bock drauf habe und es ein bisschen Krüter geworden ist. Hab ich mir gedacht, wofür wechsel ich denn eigentlich? Wir spielen weiter mit Donkey Kong und gehen jetzt ins obere Level hier und schauen uns alles glücklich an. Beziehungsweise... Ja, das hab ich hier schon gemacht, genau. Wir werden das ganze Level hier mit allen anderen nochmal durchgehen. Und gucken, was uns erwartet. Die Frage war, was war da war offen genau? Was war dahinter? Ach hier genau, für den Fettsack. Haben wir jetzt zum Wechseln hier? Haben wir. Können wir auch noch was hier machen? Können wir nicht? Ich werde jetzt wie gesagt alles... Wir sind einfach nochmal von neu durchgehen bis zum letzten. Also ich werde jetzt nicht 100% machen. Machen! Wo müssen wir eigentlich gehen hier? Gab es denn noch so ein Ding? Da muss man auf jeden Fall was geben. Ich meine, der kann die Plattform runterdrücken. Aber wir gehen mal... Ich sag's einmal... Ich will nicht an die Tür klopfen, ja. Nee, ich will nicht mit dir reden. Tschüss. Aber wie gesagt, einmal komplett und nächstes und nächstes Level. Bis wir da in den Pilzcliff angekommen sind. Beziehungsweise im Labor. Und den Rest fertig machen. Jetzt hab ich gar nicht die Uhr im Blick. Mal hoch, schau mir. Guck mal, da gibt's schon die ersten großen Bananen. Na, ich will schon was Meister sammeln was. Da kannst du doch hier attacken. Dort tut eh nix. So. Und... Feuerball. Das fliegt. Beep, beep. Ja, das war ja fast klar. Dann kann man hier hochheben, die Fässerchen da. Schau mal. Hä? Okay. Das ist hier. Okay, das war da, äh. Wie kann ich das in Ruhe ablegen? Mal so. Irgendwann werden wir als A. Okay. oh mein gott wenn wir da runterspringen dann gegen ausschauen wir müssen ganz vorsichtig mit dem ding sein weil die geben mir leicht auf den keks das geht mir leid auf uns hier gerade ich verliere gleich ich bin gleich tot wir können nur bis 100 stappeln inzwischen alle wieder weg ne ok machen wir jetzt mal die dädd stückchen Ja, gib mir nur ne Stückchen. Watschel, 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 watschel. Nummer 1. Mal ganz komplett drehen hier. Nummer 2. Nicht da runterfallen, danke. So, boah. Egal, wir haben ja noch fast volles Leben. Weg. Nein, nun werfe ich die! Egal. Wir schicken die Bienen nochmal weg. Weil ich keinen Lust drauf hab. So. Das erspart uns einfach nur... ...die Konzentration hier drauf. Warum hab ich nicht Z gedrückt? Warum hab ich das Ding hier geworfen? So. Ne, bitteschön. Oh, banana! Boah. 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 Ich finde es auch gar nicht mehr so viele, ne? Zwei. Und der hat vier noch. Wir haben ja nur mit ihm. Müssen wir ja noch eh alles machen. Okay, das Problem haben wir schon mal gelöst. Alter, hier... ...neinmal komplett. Durch, wo wir lang können. Dann sammeln wir doch gerne einen. Na, kleiner Mann. Melonenstückchen, Melonenstückchen. Das ist Melonen, Mann. Melonen, Mann. So. Naja. Da haben wir sie. Dut, 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 dut. Das ist noch kurz im Auffilmen. Action. Mach ich ja gar nicht hier, ne? Oh mein Gott. Wenn ich ja super clever bin, spiel ich gleich nachs nächste Mal. Feder? Okay. Flau, möchte ich mal so das darstellen. Nichts. 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 Jetzt ist die Ananas da. Muss sie rein. Wuiui. Ach ach ach. bei mir im kopf ich bin dass du mir dankeschön der haut der mieter ist kalt das war das grabben hier D Die Banane. Ich spüre jetzt ein schönes Lieschen jetzt für euch. Auf meiner Triangel. Ah, da habe ich schon kein nass. Hallo? Ich habe doch nicht so schön gespielt. Ah, jetzt hat es geklappt. Ah, jetzt ist die Banane weg oder so. Ah, für ein Spiel hier. Hey! Spinnst du? Was soll ich mal beim Ärmel bringen hier? Irgendwo ich das doppelte Boating. Okay, dann muss ich einmal durch. Ja, ich kriege meine Banane da raus. Zauber. Wollen wir so rausspazieren? Aber das können wir. Ja. Ja, Jungs. Nicht da heute. Warte mal. Kann ich noch hier runter? Oder irgendwas? Jetzt kann ich mal hier. Ich glaube nicht mehr von uns. Oder? Nö. Ja, knuszt du ruhig weiter. Oh. Ich glaube hier hat man alles mit Lenky gemacht. Ich bin jetzt in der größten Teil. Jetzt könnte er vielleicht noch im hinteren Tower sein und danach schwierig für mich zu wissen wo wir noch hier was haben. Haben. Okay, der ist fertig. Klammer. Nee, da haben wir auch nix mehr. Er kriegt was am Tag. Weg. Ja, das ist toll. Das kann man auch nicht machen. Ich bin ein guter Mann. Der hatte doch die Busen dran. Nee, das bitte 5.000 Punkten, aber das machen wir irgendwann mal. Wenn ich das vielleicht am Ende habe, dann machen wir mal kurz mal so paar Mini-Gaming-Wanns. Warum ist hier nicht? Das verstehe ich nicht. Tja, hier können wir. Lass mal durchgehen wieder. Also, willst du knuspern? Knuspern. Soll ich das für groß werden? Mir auch nicht. Da ist ne Banane drin. Wenn hier schon Kristalle sind, dann muss hier vielleicht irgendwas in der Nähe sein. Weil die sind von links, glaub ich, gekommen, ja. Momentuell ist irgendwas. Aber wie komisch diese Wände hier. Die jetzt extra so sind oder so. Das ist ein bisschen komisch. Da ist es, da ist es, da ist es. Das ist die Meinte. Ja, wieso? So. Jetzt können wir erstmal... Jetzt können wir erstmal das hier machen. So. 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 So.